Five Nights at Fremdlis Was ist das? Soll das ein B? Boak Rattler Boak Rattler War da nicht mal ähm Da war doch mal bei Max Payne 2 Falls das Spiel jemand gespielt hat Ähm War doch mal so was ähnliches in so'n Park Du ruf doch mal meine Küche Okay Okay Wir könnten warten Okay, er kommt wahrscheinlich nicht hier rum Dann erledigen wir ihn nun mal so Hallo Was war das denn jetzt? Was zur Hölle war das denn jetzt? Verdammt nochmal Verdammt nochmal So, den habe ich erwischt Vier Schuss haben wir noch Okay, wir haben ihn wenigstens einmal erwischt Ja, bleib schön außerhalb deiner Deckung Alles klar Okay Okay, ein Autoscooter Sonst haben wir hier auch nichts, oder? Doch Ah, fuck Äh, was war die Die, die Spritze Das war... Doch, das war C Okay Zwei Schuss haben wir, okay Ich lad nach Ja, was willst du tun? Ach ne Nehmen wir doch lieber wieder Die Thompson, da haben wir noch Ein paar Schüsse mehr Da können wir mehr ausrichten Obwohl wir hier eigentlich Schrott für die Munition En masse hätten Hier wäre ein Molly Okay Thompson Munition, nice Eigentlich schnell nach Und da haben wir noch bisschen mehr Ja Ja, okay Was hat das jetzt gebracht? Ach, wir mussten... Ja, okay Alles klar Ich soll mich zeigen? Ja, hier bin ich Ja, hättet ihr bloß nichts Falsches gesagt Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht, Freunde Wo? Von wo schießt der? Nein! Nein! Ah, war ich zu... Aggressiv Habe ich zu aggressiv gespielt Doof gelaufen, ja Alles klar, gut Dann... Nein! Okay, der schaut nach dort drüben Ähm... Fuck, wie war denn das nochmal? Wie war denn das jetzt hier nochmal mit meinen... War das Mausrad? Ähm... Hier Molotow, wie kann ich denn meine Molotow... Auswählen Mit Y Kannst du sie zu Del Rey Hollow senden? Wir sind direkt Nein! Doch nicht Y... Nein! Verdammt Wo war denn hier jetzt... Ähm... Wie konnte ich denn Molotow... War das G? Ach ja, einfach G drücken Ja, es hat nicht so gut rumgeklappt Okay Ja, die hocken da hinten Will der jetzt nochmal irgendwie... Down gehen oder so? Okay, näher ran Schnell der ganze Geld noch eins... Lauf doch, meine Güte Ja, das tut weh! Hättest du jetzt nicht gedacht, wa? Haha Tja Das hättest du dir lieber zweimal überlegt Okay Okay, da oben Schießen noch ein paar mehr Da hinten... Irgendwo da hinten war gerade noch einer Da hinten ist noch einer... Und hier drinnen ist glaube ich auch noch jemand Hey motherfucker! Georgie sehen Sie! So, wo ist der? Da hinten... Ich hab doch gerade deinen Kopf gesehen Gut Gut Vielleicht ist einfach so besser Na komm doch her! Ups... Geld einsammeln So viel Zeit muss sein Schau, was die Karte in gebracht hat Fuck Oh, wieder ein bisschen Medizin Haben wir hier so irgendwas... Das in Richtung Medizin geht? Medizinschrank, okay, gut Ja, nice Achso, okay, das war nur hier... Den auf die Schulter nehmen So Ich glaub, die hau ich mir gleich mal rein Jetzt können wir dann auch langsam mal die Waffe wechseln Molotov wäre vielleicht auch nicht eine ganz so schlechte Idee, wenn hier schon mal zwei stehen So So, die hab ich nachgeladen Alles gut Wo sind die? Okay Okay Geh ich hier in Deckung? Wie weit kann ich denn den Molotov werfen? Nee, das ist... das bringt nichts Fuck Scheiße Scheiße Nee! Hau ab! Hau ab! Hab ich jetzt mit Molotov getroffen eigentlich? Okay Okay, da ist einer Eine zinkende Idee war das, Freundchen Ich rick nochmal vor Ich glaub ich hab ihn sogar erwischt Ach, okay Ich glaub ich hab ihn sogar erwischt So, gut Na, lauf doch Na, lauf doch War hier nicht noch jemand gestanden? Keine Ahnung War hier nicht noch jemand gestanden? Keine Ahnung So, da müssen wir jetzt wohl hier lang In die Geisterbahn Ach komm Was soll das denn jetzt? Ich treff ja gar nichts Jetzt hab ich schon wieder so wenig Munition So Okay Da war grad niemand Was? Ach, das ist jetzt nur noch Richie dort, oder? Wo geht's denn jetzt lang? Die kommen doch wieder nur zurück, oder? Lebt der jetzt noch oder nicht? Nee Okay Alter Ich Das gibt's doch nicht Es ist schon, ist schon gut gemacht So, Richie Erledige Richie Doucet So, wo haben wir denn hier die ganzen Freundchen Ich wechsle mal die Waffe Na Ja Ja Geht auf jeden Fall besser als rumschleichen Und jetzt nur noch hier hinten So einen speziellen Kameraden Zwei spezielle Kameraden Fuck, fuck Joom Da oben ballert irgendjemanden die ganzen Wäume hier zusammen Die ganzen Stoff... äh... ne... Stoffräume vor allem Die ganzen Kapierw... Pappelwäume Jetzt ist der Ruhe Jetzt ist da Ruhe! Hab ich mir wischt? Nee. Etzer! So, ich glaub ich nehm jetzt... Ein Gott, der weiß, wo er gehört hat. Komm, ich nehm jetzt einfach mal die Schrotflinte. Ist jetzt zwar, glaub ich, ein bisschen zu spät. Nur besser spät als nie. Okay, hier kommen wir dann nach oben. Wir treffen, glaub ich, gleich auf ihm. Noch ein paar Requisiten. Und Bier. So, Richie, du bist erledigt. Ah! 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 Ach, Alex! Ich bin mal Willie Christian. Ich sehe dich alles bis Claudia hence dele. Ah! Ich�ze michuda ich immer, Oh, Gott dammit. None of that was my idea, you hear? It was all Georgie, him and his old man. They wanted y'all gone, not me. Oh, what was I supposed to do? Say no? Either that or make sure that I was dead. Oh, no, no, no. No, please. Please. Listen. Listen. Just decent thing would be to let a man get in a prayer before you kill him. You can pray on the way up. Oh, my God. No, please. When I saw Richie Doucette hanging from that Ferris wheel, I felt a profound sense of disbelief. Nothing like this had ever happened before. You mobsters killed each other all the time, but it was generally a small, contained event. Some greaseball is eating spaghetti and meatballs at his favorite restaurant and gets popped in the head. But this was different. Even then, even before I knew who killed him, I knew that Richie had been put on display. Lincoln was trained in psychological warfare by the CIA. He wanted to terrify the mob, wanted them to know he was going to kill every last one of them and that none of them would be able to stop him. And that none of them would be able to stop him.